Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Lesemarathon. Das ist der zweite jetzt in meinem Urlaub und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das schaffe, denn zwei wollte ich auf jeden Fall machen und ja, vielleicht schaffe ich noch einen dritten, mal schauen. Ich bin gespannt, aber erstmal freue ich mich auf jeden Fall jetzt auf heute. Ich bin sogar ein bisschen früher dran als letztes Mal quasi. Es ist jetzt halb drei und finde ich auf jeden Fall ganz gut, weil ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ich jetzt so fit, sag ich mal, bin, wie ich jetzt bin, weil wir nämlich gestern Karneval gefeiert haben und wir waren erst irgendwie um vier Uhr oder so im Bett und ja, ich fühle mich jetzt auch ehrlich gesagt noch ein bisschen schlapp und so, aber ich hatte mir das halt für heute auch vorgenommen. Heute ist wieder prädestiniert, weil mein Freund halt auch nochmal Spätdienst hat, also deshalb ist es eigentlich ganz gut jetzt heute auch und ich denke mal, ich schaffe auch einiges und ich habe mir ein paar Bücher natürlich wieder rausgesucht, die ich heute gerne lesen möchte. Es ist wieder meine Auswahl, also ich werde auf gar keinen Fall alle davon schaffen, das geht gar nicht. und ja, fangen wir einfach mal mit dem Buch an, mit dem ich eigentlich auch, ja, jetzt mein Lesemarathon gleich starten werde und zwar ist es nämlich eins der Bücher vom Lovely Book Soup sozusagen, das am dünnsten ist und deshalb habe ich das jetzt mit reingenommen, weil das werde ich auf jeden Fall schaffen. Da müsste jetzt wieder einiges dazwischen kommen, dass ich es nicht schaffen werde, aber das glaube ich nicht. Ähm, also und zwar handelt es sich um Schmetterlingsschatten von Veronika Bicker. So sieht das Ganze aus. Das ist ein, ähm, ja, Arena-Thriller sozusagen und, ähm, ja. Ich finde eigentlich, dass natürlich auch irgendwie der Titel sozusagen jetzt in den Frühling passt. Eigentlich ist es ja noch Winter, aber heute ist so richtig schönes Wetter. Also es ist richtig schön blauer Himmel draußen und so und, ähm, ja, ich finde eigentlich, dieses Buch passt da jetzt auch so zum Wetter und zur Stimmung, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und deshalb habe ich mir das jetzt auch so ausgesucht. Ähm, ich lese euch einfach mal ganz kurz hinten den Klappentext vor. Ich habe nämlich eigentlich keine Ahnung, worum es jetzt großartig geht. Im Wald hat man die Leiche eines Mädchens gefunden. Das ganze Dorf spricht von nichts anderem. Elena würde am liebsten davonrennen. Wieder kommt alles hoch, was sie krampfhaft zu vergessen versucht. Der Tod ihrer Schwester Laura vor einem Jahr. Ganz in der Nähe des Ortes, an dem man das tote Mädchen gefunden hat. Gibt es da einen Zusammenhang? Und war Lauras Tod wirklich ein Unfall? Ja. Ähm, da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf jetzt. Ähm, ich wollte sowieso eigentlich schon länger mal mit so den Arena-Thrillern sozusagen starten, weil ich habe mir eine ganze Palette damals irgendwie bei einem Rebuy-Unpacking gekauft und natürlich noch keinen einzigen davon gelesen, ist ja klar, ne. Und, ähm, ja, das wird jetzt mal Zeit und dann starte ich damit, würde ich sagen. Ähm, genau. Das Ganze hat übrigens 206 Seiten, also deshalb werde ich das, denke ich mal, auch auf jeden Fall schaffen. Und dann hatte ich mir sozusagen noch, äh, ein anderes Buch ausgesucht, was ich eigentlich ganz gerne lesen würde. Ähm, weil als ich das damals gesehen hatte, dass es rauskommt, wollte ich das unbedingt haben. Das war auch eins der Bücher, ähm, eins der wenigen Bücher, das ich mal vorbestellt habe, sodass das sozusagen am Erscheinungstag direkt bei mir eingezogen ist. Ähm, ja, wer mein, ähm, Neuzugänge-Video dann gesehen hat, der wird wissen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, weil ich nämlich dachte, es wäre ein Roman, ist es nicht, ist ein Comic. Ähm, und ich dachte mir jetzt einfach so, das ist halt auch, ähm, ein Buch von meinem, ähm, Lovely Books-Sub und es ist natürlich dementsprechend dann auch dünn, weil es ein Comic ist. Und ich glaube, dass man das auch relativ schnell weglesen kann. Und, ähm, ja, ich wollte es damals halt auch unbedingt haben und ich dachte mir, lässt es jetzt nicht so ewig auf dem Sub verstauben, liest du es einfach mal. So, und das ist Tinkerbell im Wunderland von Chrisse und Pena, wenn das so ausgesprochen wird. Äh, ich finde das Cover einfach genial. Und, ähm, ja, die Bilder sind auch richtig cool, also vom Comic her jetzt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie mir das Ganze dann auch gefallen wird. Ähm, ich habe eigentlich noch nie so richtig Comics gelesen. Also, ähm, weder Comics noch, ähm, diese ganzen japanischen, ähm, Comics, Anime und sowas habe ich noch nie gelesen. Ähm, ich weiß noch, dass ich früher bei meinem Vater ab und zu mal so diese Heger-Comics gelesen habe. Ähm, aber das ist auch schon wieder ewig her. Also, ähm, gefühlte zehn Jahre, vielleicht sogar schon länger. Äh, noch länger. Ja, das kann eigentlich schon gut sein, dass, da war ich ja 15, also es kann schon sein, dass es so zehn Jahre her ist. Ähm, ja, und, ähm, vielleicht, ähm, entdecke ich ja die Comic-Welt sozusagen für mich, wenn ich sowas jetzt lese. Ich bin mal gespannt. Ähm, ja, und hier geht es ja um Tinkerbell, die im Wunderland gefangen ist. Und, ähm, sie hat natürlich nur ein Ziel. Sie möchte gerne Nimmerland wiederfinden. Und, ähm, die Welt der Verrückten verlassen. Und es scheint wohl so, dass nur Alice dazu in der Lage ist, ihr dabei zu helfen. Ähm, aber es gibt natürlich noch andere unheimliche Kreaturen, die, ähm, ja, sie sozusagen bedrohen und davor hindern möchten, ähm, eben Nimmerland wiederzufinden und das Wunderland zu verlassen. Also hier ist ja sozusagen Kombination aus Tinkerbell und, ähm, Alice im Wunderland und da bin ich sehr gespannt drauf, wie mir das gefallen wird. Also von der Thematik her, ähm, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr interessiert daran. Gut, und dann habe ich mir noch zwei Bücher ausgesucht, ähm, von meinem, eins ist von meinem Quartals-Sub oder beziehungsweise eigentlich sind beide von meinem Quartals-Sub und eines ist zusätzlich dann auch noch vom Lovely-Book-Sub. Also das war so ein bisschen, ähm, überschnitten sozusagen, ähm, und das sind sozusagen die dünnsten noch davon, wobei die auch schon über 300 Seiten haben, sogar, ich glaube sogar über 350. Sodass ich wahrscheinlich, würde ich mal sagen, ähm, allerhöchstens vielleicht eines davon schaffen werde, was ich aber eigentlich noch nicht mal glaube. Ich versuche dann in, ähm, einem von den beiden sozusagen dann möglichst weit zu kommen heute noch und ich zeige euch die jetzt einfach mal und das hängt eigentlich davon ab, wie meine Stimmung dann letztendlich ist, worauf ich mehr Lust habe, ähm, dann im Endeffekt das zu lesen, und ob ich dann eher auf einen Thriller wieder Lust habe, das wäre dann schon eine zweite heute, oder eher so, ähm, hm, ja, keine Ahnung, so eine Liebesgeschichte, ähm, tragische Liebesgeschichte. Ich keine Ahnung, was es letztendlich ist dann, aber ihr werdet es ja sehen. Also, das erste Buch, was ich mir rausgesucht habe, ist von Janet Clark, Schweig, still, süßer Mund. Ich finde das Cover total schön und ich wollte auch von Janet Clark schon länger mal was gelesen haben. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, wie viele Seiten das hat. Das hat 349 Seiten und ich würde, äh, Jana, gut, ich würde schon sagen, die Schrift ist eigentlich recht groß, sodass man vielleicht da recht viel auch schaffen könnte. Ähm, und hier geht es um, ähm, Jana, ihre beste Freundin Ella ist verschwunden und die Polizei glaubt nicht an ein Verbrechen, aber für Jana steht halt fest, Ella würde niemals einfach so abhauen und beschließt, sie auf eigene Faust zu suchen. Und, ähm, dabei kommen halt Dinge ans Tageslicht, die Jana an ihrer Freundschaft zu Ella zweifeln lassen. Ähm, und sie begibt sich halt in sehr große Gefahr, weil sie dem, ähm, Täter dabei wirklich sehr, sehr nahe kommt. Und vielleicht kommt sie ihm sogar zu nah. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, also jetzt, wo ich das nochmal so lese, habe ich da auf jeden Fall schon sehr Lust drauf jetzt im Moment. Aber man weiß ja nicht, ob ich halt auch noch Lust darauf habe, wenn ich jetzt schon einen Söder nachher gelesen habe. Mal schauen. Und das zweite Buch ist von Amy Harmon, Vor uns das Leben. Ja, ich finde das Cover auch einfach nur wunderschön. Ähm, und hier geht es ja um drei Jugendliche, um Fern, Bailey und Ambrose. Und, ähm, die Highschool ist zu Ende und das Leben liegt jetzt vor ihnen. Ähm, und obwohl alle drei dachten, sie wüssten, was die Zukunft für sie bereithält, geschieht jetzt etwas Unvorhersehbares. Und etwas, was die drei sozusagen zusammenführt und was ihnen zeigt, dass man, ähm, stark sein kann, obwohl man im Rollstuhl sitzt. Dass man besonders sein kann, obwohl man sich unscheinbar fühlt. Und dass man schön sein kann, obwohl man Narben am Körper trägt. Und dass das Schicksal manchmal ganz eigene Pläne hat als man selber. Ich finde auch einfach nur, dass sich das grandios anhört. Das ist ja auch eine Leihgabe von meiner Tante wieder. Und, äh, ja, sie fand das Buch auch sehr gut. Ähm, sie hat mir da so ein kleines Post-it sozusagen reingeklebt und sie würde dem ganzen vier Sterne geben. Ja, ah, wenn ich das jetzt so lese, dann habe ich auch auf das total Lust. Also, ich weiß jetzt nicht, ne? Ähm, naja gut, es werden ja ein paar Stunden vergehen, bis die Entscheidung dann treffen muss. Und, äh, ich schaue einfach mal, wie ich dann Lust und Laune habe. Und, ähm, ja, werde mich dann ganz spontan natürlich wieder entscheiden. Und ich beginne jetzt einfach mal mit dem ersten Buch. Schmetterlingsschatten. Und werde euch dann, ähm, um vier Uhr ein Update drehen. Naja, oder so um, ungefähr um vier Uhr. Jetzt ist es Viertel vor drei, schon wieder ewig lange gequatscht. Aber, naja gut, das erste Videosatz sozusagen muss ja auch ein bisschen ausführlicher sein. Ähm, ja, um das Ganze so ein bisschen einzuleiten. Also, ich beginne jetzt. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall jetzt zu beginnen. Ähm, und sage mal, bis gleich. Hallo zum ersten Update zum Buch Schmetterlingsschatten. Äh, ich habe jetzt eigentlich schon so, ich würde mal sagen, ein Drittel, fast die Hälfte geschafft. Bin auf Seite 73 angelangt. Und bisher, ähm, ja, gefällt mir das Ganze so an sich eigentlich ganz gut. Also, es geht hier, ähm, wie ich ja eigentlich auch schon vorgelesen hatte, um Elena. Und ich denke mir, sie wird so um die 15 Jahre alt sein. So genau ist das noch nicht, ähm, gesagt worden. Auf jeden Fall ist ihre Schwester gestorben, vor einem Jahr bei einem vermeintlichen Unfall. Ähm, und sie war 17 Jahre alt und sie war die ältere Schwester. Deshalb denke ich mir, sie wird so um die, um die 15 sein. Und, ähm, das passt eigentlich auch so zu ihrem Verhalten, würde ich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, ihre Schwester ist verstorben. Und jetzt kommt es dazu, dass in dem Dorf eine weitere Leiche gefunden wird. Und dabei handelt es sich um Mord. Ähm, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, ob bei Laura, also das ist ihre Schwester, die verstorben ist, ob es da wirklich ein Unfall war oder ob es nicht vielleicht auch Mord war. Weil das erstes Mal beides ungefähr zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat. Also das Mädchen, was sie jetzt gefunden haben, ist auch so um den Dreh gestorben. Also es ist auch schon ein Jahr tot. Und, ähm, außerdem wird es halt auch im Prinzip am selben Ort oder zumindest an derselben Straße gefunden. Und, ähm, ja. Ja, außerdem gibt es jetzt so den einen oder anderen Hinweis, ähm, der es sozusagen bestätigt, dass es vielleicht kein Unfall sein könnte. Ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ähm, also so die Idee und die Story an sich, die finde ich eigentlich ganz gut. Was mich ein bisschen stört im Prinzip ist so, ähm, ich weiß nicht, irgendwie so der Charakter oder überhaupt die Charaktere, würde ich sagen. Also ich finde hier Elena nicht so, ähm, besonders sympathisch, weil, ähm, sie hat so eine schwierige Beziehung, sagen wir mal, zu ihrer Mutter. Ihre Mutter, die ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Also sie ist natürlich, ähm, sehr, sehr traurig über den Tod ihrer Tochter. Sie ist außerdem alleine dadurch, dass der Vater, ähm, oder ihr Mann im Prinzip, ähm, in Afrika ist und dort Staudämme baut. Und somit ist sie jetzt alleine mit ihrer Tochter und sie ist wirklich sehr, sehr ängstlich und überbesorgt. Und, ähm, die erste Frage, die sie jedes Mal stellt, wenn Elena zur Tür reinkommt, ist, wo warst du? Ähm, also sie will sie eigentlich nicht fortlassen. Sie hat immer Angst, dass ihr was passiert. Ähm, ja, sie, sie behütet sie halt total. Sie ist immer ängstlich, immer weinerlich. Also ich finde, das ist ganz, ganz schwierig, äh, mit solchen Leuten natürlich dann auch umzugehen. Und Elena weiß es eigentlich auch nicht so recht, wie sie damit umzugehen hat. Sie fühlt sich, ja, genervt, wütend, hilflos vor allen Dingen und verzweifelt auch. Und, ähm, ja, so fühlt sie sich im Prinzip eigentlich immer dazu genötigt, ihre Mutter anzulügen. Und, ähm, klar, es ist vielleicht nicht anders möglich, aber es ist nicht nur so, dass sie ihre Mutter die ganze Zeit anlügt, sondern es ist auch so, dass sie irgendwie ihre Freunde die ganze Zeit anlügt. Also sie, sie ist für mich nicht so eine, so eine, so eine ehrliche Person irgendwie. Und das stört mich so ein bisschen, ähm, obwohl sie natürlich irgendwie auch teilweise, ähm, unsicher ist, jetzt ihren Freunden gegenüber, die Wahrheit sozusagen, und ihrer Mutter gegenüber. Anders würde sie halt irgendwie nicht aus dem Haus kommen. Aber irgendwie finde ich das ein bisschen komisch. Es kommt mir ein bisschen komisch vor, dass, dass sie irgendwie die ganze Zeit nur lügt. Das mag ich irgendwie nicht so richtig. Ja, die Mutter finde ich, ähm, mega nervig irgendwie, wobei ich das natürlich eigentlich auch verstehen kann, dass sie halt, äh, sehr, sehr ängstlich ist und so. Aber sie war wohl auch vor dem Tod, ähm, von der Laura schon sehr, ähm, schwierig, sag ich mal. Also es hat sich dadurch nur noch verstärkt. Und, ähm, ja, auch so die anderen Charaktere, ich weiß nicht, ähm, die, die kommen mir, also da kommt mir eigentlich bisher keiner so richtig sympathisch vor. Also sie hat, ähm, zum Beispiel, ähm, eine Freundin, ähm, Vivian, einen Freund, Timo, und hat jetzt so im Verlauf dann noch jemand anders kennengelernt. Das ist der Tristan. Und ich würde jetzt, ich würde jetzt gar nicht irgendwie sagen können, dass mir einer davon besonders sympathisch ist. Also bisher ist mir keiner der Charaktere irgendwie, äh, ans Herz gewachsen oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und irgendwie glaube ich, dass, ähm, diese Clique von Tristan irgendwas mit diesem Tod zu tun hat. Von, ähm, von Laura auf jeden Fall. Und vielleicht dann auch mit dem Tod dieses Mädchen, was sie gefunden haben, weil ich glaube irgendwie, ähm, dass die, die Tode sozusagen auf jeden Fall zusammenhängen. Und ich glaube auch, dass, ähm, wie gesagt, diese Clique was damit zu tun hat. Ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Viertel nach vier ist es jetzt. Und ich werde dann um fünf, kurz nach fünf, ein nächstes Update drehen. Und, ähm, dann habe ich das Buch hier schon fast durch. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis gleich! Hallo nochmal zum nächsten Update. Ich bin auf jeden Fall schon ganz gut weitergekommen. Nicht ganz so gut, wie ich mir das gedacht hatte. So von wegen, äh, das Buch habe ich ja dann fast aus. Also so weit bin ich noch nicht. Äh, wie ihr seht, bin ich ein bisschen über die Hälfte jetzt. Ja, ob das jetzt schon zwei Drittel sind, weiß ich nicht. Vielleicht, ich glaube eher nicht. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt auf Seite 118. Ähm, ja, gefällt mir immer noch ganz gut. Aber irgendwie, ähm, bin ich immer noch so der Meinung, dass irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da ganz komisch. Und irgendwie ist auch die Mutter ganz komisch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganzen Leute irgendwie was vor der, ähm, Elena so verheimlichen. Also irgendwie wissen die alle mehr, als sie zugeben, glaube ich. Und, ähm, ich verstehe auch gar nicht, ähm, warum sie sie das gar nicht so großartig, ähm, interessiert hat vorher. Also ich meine, äh, ganz am Anfang wird, wird schon so beschrieben, ähm, wie es an dem Abend des Todes von, äh, der, äh, Schwester sozusagen war. Ähm, aber irgendwie das, das, das wirkt so die ganze Zeit, ähm, als wüsste sie gar nicht so richtig, wie sie jetzt gestorben ist. Also, ich meine, da wird es ja Untersuchungen gegeben haben, auch wenn es ein Unfall war. Sie weiß nur, dass sie halt bei einem Unfall gestorben ist. Ähm, aber so bestimmte Sachen sind da irgendwie nicht so ganz klar. Und irgendwie fragt sie auch nicht großartig, äh, weder, ähm, die Polizei hat irgendwie was gesagt, ähm, noch ihre Mutter fragt sie jetzt. Weil sie nämlich Angst hat, dass sie dann wieder total ausrastet, ähm, dass es ihr dann schlechter geht und so. Aber das verstehe ich nicht. Also, ich meine, wenn ich jetzt eine Schwester hätte oder überhaupt Geschwister hätte und denen was zustoßen würde, dann würde ich doch wissen wollen, was genau oder nicht. Und, äh, irgendwie ist es gar nicht so. Also, sie weiß eigentlich gar nicht so richtig, was passiert ist und hat auch nicht so großartig nachgefragt. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, ich finde doch, dass sie das Recht dazu hat, das auch zu erfahren. Also, ich finde das ein bisschen komisch. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterlesen, ähm, und ich habe hier jetzt noch so ungefähr 100 Seiten zu lesen. Also, naja, eigentlich, eigentlich eher 90, ne? 80 oder 90 Seiten habe ich zu lesen. Bin ich so gut in Mathe. Und, ähm, ja, ich denke mal, ich werde das Ganze jetzt einfach mal auslesen. Und, ähm, je nachdem, wann das Ganze dann, äh, ausgelesen ist, dann werde ich mich nochmal melden. Ein abschließendes Update dazu drehen. Und, ähm, ja, dann werde ich mit dem nächsten Buch natürlich weitermachen. Ähm, und ich lese jetzt einfach weiter und sage bis gleich. Hallo zum nächsten Update. Ich habe es geschafft. Ich habe jetzt Schmetterlingsschatten von Veronika Bicker ausgelesen. Äh, und es ist jetzt halb acht, muss ich dazu sagen. Also, ich meine, ich finde, das hört sich irgendwie so total, ähm, lang irgendwie an. Als hätte ich jetzt mega lang für dieses Buch gebraucht. Aber eigentlich habe ich nur vier Stunden jetzt daran gelesen, so insgesamt, ne? So um den Dreh. Und ich meine, das hat ja über 200 Seiten. Und, ähm, dann habe ich ja so immer so 50 Seiten eigentlich so in der Stunde ungefähr geschafft. Von daher ist es eigentlich realistisch. Aber irgendwie habe ich gedacht, dass ich bis sechs oder so spätestens damit fertig bin. Keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich es jetzt geschafft. Ich fand es ganz gut. Ist was Nettes auf jeden Fall für zwischendurch. Aber so im Endeffekt, ähm, konnte ich mich für die Charaktere, ähm, trotzdem nicht so wirklich erwerben. Die Handlung und so war eigentlich ganz gut und ganz spannend, sagen wir mal. Ähm, aber irgendwie fand ich das Ende auch so vorhersehbar. Also eigentlich habe ich mir das genauso gedacht. Genauso oder ähnlich gedacht, wie es dann im Endeffekt auch ausgegangen ist. Ja, und von daher, ähm, war es auf jeden Fall, ähm, was Nettes für zwischendurch. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt halt nicht. Ähm, aber es war auf jeden Fall okay und ich freue mich, dass ich es gelesen habe. Mehr will ich zu dem Buch eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Ich habe ja auch in den letzten Updates eigentlich schon recht viel darüber erzählt. Und ja, wie ich schon vor, ähm, vorher gesagt hatte, mache ich jetzt auch auf jeden Fall weiter mit Tinkerbell im Wunderland. Ähm, bin ich gespannt, wie es mir gefallen wird. Und, ähm, ja, überhaupt so auf die ganzen Bilder freue ich mich jetzt. Auf die Story freue ich mich. Ähm, ich hoffe, ja, dass es gut sein wird, dass es mich begeistern kann, dass ich vielleicht Lust bekomme, noch das ein oder andere, ähm, Comic ansonsten so zu lesen. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich drauf. Und ich bin auch mal gespannt, wie lange das Ganze jetzt, ähm, dauern wird. Also wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird, das zu lesen. Weil ich meine eigentlich immer so Comics und sowas, ähm, sind recht fix zu lesen. Ähm, aber dadurch, dass halt ja auch ziemlich viele Bilder logischerweise dabei sind und vor allen Dingen schöne Bilder, die man sich ja auch dann ein bisschen mehr angucken möchte vielleicht, wird es vielleicht doch ein bisschen länger dauern oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das überhaupt hat. Muss ich mal eben kurz, äh, gucken. Äh, Moment. Stehen da überhaupt Seitenzahlen? Ach Gott, ja, das hat, ähm, 47 Seiten. Okay, ich denke mal, das wird schnell zu lesen sein, ne? Vielleicht brauche ich noch nicht mal eine Stunde dafür. Also es ist jetzt halb acht, hatte ich ja gesagt. Und, ähm, ja, mein Freund hat Spätdienst. Der wird gegen halb neun, denke ich mal, hier sein. Halb neun, also zwischen halb neun und neun, sagen wir mal. Und ich denke mal, bis dahin habe ich es auf jeden Fall geschafft. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Update geben wird zwischendurch mal. Oder ob es, ob ich, ähm, mich erst wieder melden, wenn ich es aus habe. Es hängt davon im Prinzip ab, wie lange das Ganze jetzt dauert, ne? Ähm, eigentlich würde ich euch schon ganz gerne ein Update drehen. Vielleicht drehe ich ein Update um acht. Ähm, je nachdem, wie weit ich bis dahin gekommen bin. Ihr werdet es ja sehen. Ich fange jetzt an. Ich freue mich schon. Und dann sage ich mal, bis gleich. Hallo zu einem neuen Update. Und zwar habe ich jetzt Tinkerbell im Wunderland bereits ausgelesen. Und zwar, weil ich nur eine halbe Stunde dafür gebraucht habe. Also, ich habe nicht gedacht, dass es jetzt tatsächlich so schnell geht. Also, ich hätte gedacht, eine Stunde braucht man mindestens. Aber nein, braucht man nicht. Auch wenn man sich die Bilder noch anguckt. Ähm, ja. Ich finde das Buch eigentlich so ganz gut. Also, es beinhaltet wirklich wunderschöne und zauberhafte Illustrationen. Das gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut an dem Buch. Ähm, ich kann euch ja vielleicht mal so ein, zwei coole, ähm, ja, Illustrationen sozusagen zeigen. Ähm, ja. Ich zeige euch einfach mal hier. So, Moment. Diese zum Beispiel. Ich weiß nicht, dass es spiegelt. Oder hier auf der anderen Seite. So, in diesem Stil ist das gehalten. Und ich würde euch eigentlich auch nochmal ganz gerne so was von Tinkerbell jetzt an sich zeigen. Ähm, so, und zwar ist, so sieht Tinkerbell aus im Prinzip. Vielleicht gibt es noch was, wo sie größer drauf ist. Ja, ich zeige euch das hier nochmal. So, ne? So in dieser Art ist das gehalten. Und wie gesagt, die Illustrationen finde ich echt total super schön, ne? Ja, dennoch kann mich jetzt irgendwie, ähm, das Genre Comics nicht wirklich überzeugen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, das ist ja so mega wenig Text. Ähm, das bringt ja irgendwie, finde ich, keinerlei Emotionen oder so irgendwie rüber. Das Ganze ist auch mega schnell irgendwie jetzt an mir vorbeigezogen, sage ich mal. Also, ähm, ich habe das Gefühl, so handlungsmäßig zack, 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 vorbei. Und es ist gar nicht großartig irgendwie was ausgearbeitet gewesen, detailliert oder sonst was. Also, ich habe mich da wirklich so, ähm, irgendwie durch die Geschichte durchrennen sehen. Und das hat mir nicht so gefallen. Also, ich meine, wie gesagt, die Illustrationen finde ich super. Ich finde auch diese Idee super. Also, ähm, Tinkerbell und Alice im Wunderland sozusagen zu verknüpfen. Ich finde vor allen Dingen auch das Ende sehr, sehr lustig. Irgendwie finde ich es, äh, sehr humorvoll. Und das fand ich alles ganz toll. Nur irgendwie so, wenn es das wirklich als Roman gegeben hätte. Ich glaube, das wäre wirklich super gewesen. Aber so Comic-mäßig gefällt mir nicht. Also, das finde ich irgendwie doof. Also, es ist eigentlich relativ viel passiert. So andeutungsweise, aber eigentlich auch nichts. Weil, da war das Buch schon wieder vorbei. Wisst ihr, wie ich das meine? Also, ich glaube nicht, ähm, dass mich Comics jetzt derart überzeugen können, ähm, dass ich da noch viel mehr von lese. Ich bin natürlich froh, dass ich dieses Buch jetzt hier habe. Weil es halt auch um Tinkerbell geht. Und ich liebe Tinkerbell einfach. Und, ähm, auch wenn es nicht die Tinkerbell ist, sozusagen, die man so kennt. Also, ich meine, man sieht ja schon, sie sieht einfach komplett anders aus. Ähm, ich finde, ähm, sie und auch die ganzen anderen Charaktere, die sehen alle so ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, südländisch aus, sage ich mal. So von den Lippen her, wisst ihr, wie ich das meine. Und, äh, ich finde so, sie ist irgendwie so ein bisschen, ähm, Lolita-mäßig auch. Also, durch ihre schwarzen Haare, durch die Aufmachung, durch diese Netzstrümpfe und die hochhackigen, schwarzen, äh, Schuhe und sowas. Also, ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie nicht so die Tinkerbell, die, die man so kennt halt einfach, finde ich. Und, äh, das ist ein bisschen, ein bisschen schade. Aber andererseits auch cool, weil ich finde sie sehr, sehr süß und sehr, sehr hübsch. Keine Ahnung. Also, es hat mir so von dem her eigentlich schon gefallen. Aber, ähm, so Comic-mäßig bin ich eher so zwiegespalten. Also, in der Umsetzung so von der, von der Story her hat es ein bisschen gehapert. Aber, okay. So viel zu diesem Buch. Mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Und, ähm, ich weiß es gar nicht so richtig, welches von den beiden anderen Büchern ich jetzt eigentlich lesen sollte. Ähm, ich konnte mich nicht so recht entscheiden. Habe ich jetzt nochmal Lust auf einen Thriller oder nicht? Oder lieber so, ähm, in die Richtung von dem anderen Buch? Ähm, ich, ich, ich wusste es nicht. Und dann habe ich gesagt, ähm, entscheide ich mich anhand der Seitenzahlen. Ja, witzig an der Sache ist dann natürlich gewesen. Ich habe geguckt, welches Buch hat denn jetzt die wenigsten Seiten. Und tata, die haben im Prinzip beide gleich viele Seiten. Beziehungsweise eine Seite Unterschied ist es, ne. Also, das eine hat 348, das andere hat 349. Ja, toll, habe ich mir gedacht. Also, ich meine, theoretisch wäre es dann im Endeffekt genau das andere gewesen. Also, das, was ich jetzt nicht lese. Ähm, aber dann habe ich mir irgendwie gedacht, äh, ja. Ja, ich lese jetzt einfach das, weil ich will sie ja sowieso beide lesen, weil beide vom Quartalsub halt eben sind. Und, äh, im Prinzip ist es dann halt egal. Und dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du halt einfach den zweiten Thriller zur Hand. Ähm, ja, einfach mal um zu schauen, ob der mich vielleicht ein bisschen mehr begeistern kann als der andere, den ich jetzt gelesen habe heute. Also ist es schweigstill, süßer Mund geworden. Ähm, von Janet Clark hatte ich ja schon gesagt. Und, ähm, ja. Ich finde das Cover einfach total süß mit den Blümchen. Und das sind ja alle, ähm, Bücher von ihr, also von Janet Clark, sind ja irgendwie in diesem Stil gehalten. Es sind ja immer irgendwie so Blümchen mit drauf. Und, ähm, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt auf das Buch. Ich freue mich schon drauf. Ich werde das auf gar keinen Fall heute schaffen auszulesen. Ist mir schon klar. Aber, ähm, ich gucke, dass ich, ähm, so weit wie möglich komme. Es ist jetzt, ähm, halb neun übrigens. Und, ähm, ich möchte eigentlich ganz gerne so, naja, so 100 bis 150 Seiten würde ich eigentlich schon ganz gerne noch schaffen heute. Ich denke, es wird wieder so ablaufen wie das letzte Mal, auch beim Lesemarathon. Dass ich bis zwölf mindestens, denke ich, mal lesen werde. Vielleicht bis eins oder vielleicht noch ein bisschen länger mal schauen. Dann werden wir bestimmt wieder was gucken, weil mein Freund hat jetzt nämlich auch Urlaub mit mir zusammen. Und, ähm, ja, da bietet sich das natürlich an, dann auch abends so ein bisschen noch was zusammen zu machen. Ähm, ja. Und, äh, er wird jetzt gleich auch kommen. Also, dann müssen wir noch was essen. Wir werden gleich zum Döner gehen. Ähm, ich denke mir, dass ich da so leckere Pizzabrötchen oder sowas essen werde. Mal schauen, mit welcher Füllung. Ähm, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, weil ich echt mega Hunger habe jetzt mittlerweile. Ich habe eigentlich noch gar nicht so richtig was gegessen heute. Und, ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf aufs Essen jetzt. Und dann werde ich nachher noch ein bisschen weiterlesen. Und dann werde ich mich so ungefähr nach einer Stunde lesen. Dann auf jeden Fall nochmal bei euch melden. Ähm, und das erste Feedback sozusagen geben. Ich freue mich drauf aufs Essen und aufs Lesen. Und dann werde ich mich, wie gesagt, nachher melden. Bis dann. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Update. Ich habe jetzt angefangen mit Schweigstill süßer Mund. Und ich muss sagen, noch so mega weit bin ich nicht gekommen. Ich bin nämlich jetzt gerade mal auf Seite 42. Ähm, es ist jetzt 11 Uhr. Ähm, ja. Dementsprechend habe ich jetzt noch nicht so wirklich, ähm, viel geschafft. Aber ich denke mal eine Stunde, anderthalb oder zwei. Habe ich auf jeden Fall noch so, dass ich mein Tagesziel, sage ich mal, wahrscheinlich sogar noch erreichen werde, wenn ich Glück habe. Ähm, ja. Also in dem Buch geht es auf jeden Fall um die beiden Freundinnen Ella und Jana. Und, ähm, ja. Es ist so, dass Ella jetzt quasi gerade frisch verschwunden ist. Ohne, dass irgendjemand weiß, wohin sie ist. Ähm, warum. Und, ähm, ja. Niemand weiß halt, ob ihr etwas zugestoßen ist, ob sie freiwillig gegangen ist oder was passiert ist. Und ihre beste Freundin, ähm, Jana, kommt da schon alles ein bisschen komisch vor, weil sie der Meinung ist, dass Ella niemals einfach so abhauen würde, ohne ihr etwas zu sagen. Beziehungsweise, ähm, ohne vorher Verabredungen, die getroffen wurden, irgendwie abzusagen. Ja. Noch ist nicht so mega viel passiert. Ähm, das Buch wird immer wieder zwischendurch unterbrochen von so Episoden, die, glaube ich, aus der Sicht des Täters geschrieben sind. Und das finde ich auf jeden Fall auch schon ganz interessant, auch wenn da bisher nur so, ich glaube, ein oder zwei oder vielleicht auch drei, ähm, vorkamen. Aber das finde ich auf jeden Fall auch gut so, nicht nur, ähm, quasi über Jana jetzt, sondern dann auch über den Täter tatsächlich was zu erfahren. Interessiert mich auf jeden Fall. Und der Schreibstil gefällt mir auch ganz gut bisher. Ähm, die 42 Seiten, die ich jetzt gelesen habe, habe ich ja eigentlich auch relativ fix weggelesen, würde ich sagen. So, dass ich jetzt einfach direkt weitermache und mich in einer Stunde, also um 12, nochmal bei euch melden würde. Und dann ein weiteres Update drehen werde. Bis gleich. Hallo zum nächsten Update. Ich bin jetzt weitergekommen in diesem Buch und bin jetzt auf Seite 91. Ja, weiterhin gefällt mir das echt eigentlich ganz gut. Gut, ähm, ich bin irgendwie immer so ein bisschen überrascht, ähm, dass bei den ganzen Thrillern, die ich bisher gelesen habe, eigentlich so richtig gar nichts passiert. Also irgendwie ist das so komisch. Jetzt hier habe ich ja jetzt schon so ein Viertel, habe ich jetzt schon geschafft und was wirklich Spektakuläres, wie gesagt, ist noch nicht passiert. Also ich meine, natürlich ist Ella jetzt verschwunden, Diana fängt an, sie zu suchen mit ihren Freunden zusammen, aber im Prinzip so weiter. ist halt nichts, äh, passiert. So Thrillermäßig, da stelle ich mir irgendwie immer so noch so, ja, irgendwelche spektakulären Aktionen vor, irgendwas total Spannendes, äh, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann und so. Und irgendwie bisher war das nie so. Bei keinem Thriller, den ich gelesen habe, ne. Ich, äh, weiß nicht. Irgendwie finde ich das komisch. Also da habe ich andere Bücher gelesen, ähm, die irgendwie spannender sind. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Also ich finde es aber eigentlich so trotzdem ganz gut. Also es interessiert mich natürlich, was mit Ella passiert ist, wo sie ist, wie es weitergeht. Und natürlich, ähm, möchte ich das Ganze auch jetzt relativ schnell erfahren. Deshalb werde ich jetzt auch gleich direkt weiterlesen. Ähm, ja. Ich denke mir schon fast, dass das jetzt das letzte Zwischen-Update gewesen sein wird. Also es wird dann wahrscheinlich noch was Abschließendes nachher geben. Ähm, ja. Ich denke mal, so wird es wohl sein, weil es kann nicht mehr lange dauern, bis wir anfangen, Film zu gucken. Es ist jetzt übrigens 12 Uhr. Und, ähm, ja. Ich gucke einfach mal. Also vielleicht in einer Stunde dann noch ein Update. Oder vielleicht das Abschließen. Immer schauen. Ihr werdet es ja sehen. Okay, bis gleich. So, hallo nochmal und herzlich willkommen zum allerletzten Update für heute Abend. Es ist jetzt Viertel vor zwei. Und ich bin schon wirklich weit jetzt gekommen in dem Buch. Ich habe über die Hälfte geschafft zu lesen. Und ich bin auf Seite 183. Also ich hatte mir ja sozusagen das Tagesziel gesetzt, irgendwie so 150 Seiten zu lesen. Und jetzt habe ich auf jeden Fall noch mehr geschafft. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Lesemarathon. Ich kann euch ja nochmal eben kurz zeigen, was ich so geschafft habe, obwohl ihr das bestimmt noch wissen werdet. Ähm, ich habe das ganze Buch gelesen, Schmetterlingsschatten von Veronika Bicker. Hat mir so mäßig gut gefallen. War was Nettes für zwischendurch. Aber mehr leider auch nicht. Und ich habe Tinkerbell im Wunderland gelesen, ähm, was ein Comic ist. Und was mir auch eigentlich so ganz gut gefallen hat. Von der Idee her, von den Zeichnungen her. Aber mir hätte es besser gefallen halt, wenn es ein ganzer Roman gewesen wäre. Weil es mir irgendwie so überhaupt nicht detailreich erschienen ist und so. Ich meine, die, äh, Zeichnungen natürlich, die waren wunderschön. Aber so, ähm, habe ich mich so ein bisschen, ähm, ja, verloren gefühlt, kann man sagen. Und vor allen Dingen, es ist so viel passiert, aber eigentlich auch nichts, weil das so durchgerast ist sozusagen das Buch. Ja, und dann habe ich natürlich noch Schweigstill, Süßermund angefangen und ganze 183 Seiten geschafft. Ich bin sehr zufrieden. Hätte nicht gedacht, dass ich so viel schaffe. Und, ähm, ja. Damit beende ich jetzt den Lesemarathon. Und vielleicht schaffe ich noch einen in diesem Urlaub. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe hier jetzt schon zwei geschafft und auch schon einige Bücher dadurch dann gelesen. Und, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht in Schweigstill, Süßermund. Wie es mir dann im Endeffekt gefallen hat, werdet ihr dann im, ähm, Lesemonat sehen. Und, ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mir gefällt das Schreibstil und alles weiterhin gut. Ähm, es ist irgendwie trotzdem immer noch nicht besonders viel passiert. Was ich ganz nett finde, ist, dass, ähm, das Ganze immer wieder unterbrochen ist von diesen besagten Szenen, die irgendwie aus der Sicht des Täters, ähm, geschrieben sind. Dann gibt es außerdem auch noch Szenen, die sozusagen aus der Sicht von, ähm, Ella, denke ich mir, mal geschrieben sind. Das wird so ausdrücklich nicht, ähm, gesagt. Aber ich denke, dass es so ist. Und was ich auch gut finde, ähm, Jana schreibt auch immer so, ähm, Briefe an Ella und Briefe an ihren Vater, die ich sehr, sehr gut finde. Und vor allen Dingen finde ich diese Briefe an Ella halt sehr gut, weil die einfach die Gefühle von ihr auch so mega gut ausdrücken. Also, ähm, ja, den Zwiespalt, in dem sie sich befindet, dass sie auf der einen Seite halt natürlich Angst um ihre Freundin hat, dass sie, ähm, ähm, ja, natürlich nicht weiß, wo sie ist, dass sie sie sucht, verzweifelt, dann auf der anderen Seite, dass sie dann wieder denkt, sie ist einfach abgehauen, wirklich ohne was zu sagen, weil ihr alles zu viel wurde, weil, ähm, Jana ja so viel jetzt über sie erfährt, was sie von ihr nicht gewusst hat, was sie niemals erwartet hätte und was es halt auch begründet, dass man vielleicht abhauen wollen würde. Ähm, ja, und das finde ich echt total gut, diese Textauszüge auch, aber insgesamt finde ich es auch gut. Ich finde es auch spannend, wobei es nicht, ähm, actionreich spannend ist, wie ich das vielleicht erwarten würde, aber vielleicht kommt da noch was. Ähm, ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es ausgeht und, ähm, werde jetzt vielleicht noch kurz lesen, bis mein Freund halt runterkommt, aber das wird vielleicht noch 5, 10 Minuten oder so sein, das, äh, wird nicht mehr lange sein und das lohnt sich auf jeden Fall nicht, dann nachher noch ein Update zu drehen. Dennoch beende ich das Ganze jetzt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ähm, ich danke euch fürs Zuschauen und, ähm, wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.